Aufgerubbelt, fertig, los. Macht mit bei der Rewe Rubbellos-Aktion mit Fernweh-Garantie. Jede Woche verlosen wir zehn Luxusreisen. New York, Karibik, Seychellen. Wir bringen euch an die schönsten und aufregendsten Plätze der Welt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist das, was ihr sowieso tut, nämlich einkaufen. Bis zum 4. Februar bekommt ihr bei Rewe und in allen teilnehmenden Nahkaufmärkten pro 10 Euro Einkaufswert ein Rubbellos. Unter der Sonne wartet Rewe Einkaufsgeld im Gesamtwert von einer Million Euro auf euch. Unter dem Koffer findet ihr einen Code. Das ist euer Glückscode. Den müsst ihr auf www.rewe.de aktivieren und ab dann gelten die Codes für jede Ziehung. Sonntags um 19 Uhr kühren wir dann auf unserer Homepage die Gewinner der Luxusreisen. Und die Codes gelten auch für das große Finale. Denn am Ende verlosen wir alle Reisen. Noch einmal. Falls ihr also bis dahin noch nicht gewonnen habt, bekommt ihr auf jeden Fall eine zweite Chance auf eure Traumreise. Denkt nur daran, eure Lose aufzubewahren, damit ihr euren Gewinn auch nachweisen könnt. Sichert euch pro 10 Euro Einkaufswert ein Rubbellos, solange der Vorrat reicht. Erst rubbeln, dann reisen. Viel Glück und hoffentlich bald bon voyage!